In diesem Video sehen wir uns an einem Beispiel gemeinsam an, wie du mit einer statistischen Methode eine sehr nützliche Analyse in Microsoft Excel anwenden kannst. Bei der statistischen Methode handelt es sich um die Quantilberechnung. Was ist ein Quantil? Ein Quantil ist ein Wert, der eine Datenmenge in Teile aufteilt. Zum Beispiel teilt das 25. Perzentil die Daten so, dass 25% der Werte darunter und 75% darüber liegen. Das klingt, gesagt, sehr kompliziert. Am besten, wir sehen uns das gemeinsam an einem Beispiel visuell an. Dazu werde ich als erstes eine Datenreihe generieren. Dafür gibt es eine nützliche Funktion, und zwar den Zufallsbereich. Es kann in deinem Beispiel der Fall sein, dass du bereits Daten vorhanden hast. Ich möchte hier nur sozusagen auf ein sehr kleines isoliertes Beispiel die Quantilberechnung vorstellen. Und mit diesem Zufallsbereich kann ich nun angeben, welche Werte ich generieren möchte. In meinem Fall möchte ich Zahlen generieren zwischen 1 und 100. Und wir benötigen für unser Beispiel 20 Werte. Diese stehen nun hier. Es ist so, dass diese Funktionen bei jeder Aktion neu berechnet werden. Und ich möchte das verhindern, beziehungsweise ich möchte das fixieren. Daher kopiere ich diese Werte einmal und füge diese nochmal als Werte ein. Und habe nun meine finalen Zahlen, ohne dass diese bei jeder Aktion neu berechnet werden. Als nächstes sehen wir uns nun die Funktionen an, welche uns das Quantil berechnet. Ich möchte ja ermitteln, an unserer Datenreihe, dass beispielsweise der niedrigste Wert hier, 2, innerhalb der gesamten Datenreihe, wie viel, also welches Prozent sozusagen innerhalb der gesamten Datenreihe es entspricht. Genauso mit dem höchsten Wert, der ist zwar hier nicht 84, sondern 92, welchem Prozentsatz sozusagen dieser entspricht. Und dazu können wir uns der Methode Quantil-Rang bedienen. Und diese gibt es in zweifacher Ausführung. Einmal exklusive und einmal inklusive, einschließlich 0 und der 1. Ich nehme die inklusive und muss als ersten Parameter unsere Datenreihe angeben. Und diese referenziere ich, da wir in weiterer Folge diese dann für alle Datensätze anwenden. Als nächstes möchte ich dann noch in dem zweiten Parameter angeben, den konkreten Wert, den ich innerhalb dieser Datenreihe wissen möchte. In diesem Fall 84 und auch hier ist es so, dass dieser Wert, wenn ich dann das hinunterziehe, für die anderen Zellen ebenfalls referenzieren muss. Und dann gibt es noch die Genauigkeit. Auf wie viele Dezimalstellen ich das ermitteln möchte? Ich gebe hier 1 ein und erhalte nun 0,7. Als nächstes gebe ich dann noch den Prozentsatz hinzu und habe nun als Ergebnis, dass der Wert 84 innerhalb dieser Datenreihe das Quantil 70% entspricht. Das bedeutet, es gibt 30% der Werte liegen darüber, 70% der Werte liegen sozusagen einschließlich darunter. Nun kann ich das für die restlichen Zahlen ebenfalls anwenden und erhalte nun entsprechend den Rang bzw. welches Prozentsatz Quantil es entspricht. Das kann sehr nützlich sein, um beliebige Daten einen Überblick zu bekommen, in welcher sozusagen wie viel Prozent dieser Inhalte-Datenreihe entspricht. Als nächstes könnte ich das noch mit einem schönen Histogramm visualisieren. Dazu selektiere ich diesen Datenbereich und wähle hier unter den Diagrammen ein Statistik-Diagramm und zwar das Histogramm aus. Standardmäßig werden hier noch die Prozentbereiche zusammengefasst. Das kann ich etwas nachbessern und zwar wenn ich hier auf der horizontalen Achse die Intervalle entsprechend anpasse. Hier möchte ich diese auf 10% anpassen und sehe, dass es vier Werte gibt zwischen 0 und 10%. Das heißt, die Verteilung lässt sich somit sehr gut visuell darstellen und habe somit eine sehr aussagekräftige und mächtige Funktion, welche ich in der Excel sehr einfach berechnen kann. Müsstest du das sozusagen händisch oder manuell berechnen, so würden auch bei mir wahrscheinlich etliche Stunden hineinfließen bzw. etwas Zeit zum Nachdenken, wie ich genau diese Werte ermitteln kann. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich, wenn du im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg!